Gibt's ne Spur von ihm? Hey, was machst du? Da versuchst du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Federmaus. Quinn liegt gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf der Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sagt ihm, er soll still sein. Sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! cracked, cracked, cracked. has Oh, oh, oh. Und dann hat einen aus eurer Crew ausgeschaltet. Habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Ihr habt den Boss gehört. Dunkler hatte recht. Ich habe jemanden gefunden. Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist unmöglich. Was machen wir jetzt? Lasst Maul und sucht weiter. Lasst ihn hier. Schwärmt aus und findet die Fledermaus. Ich gebe dir Deckung. Ich kümmere mich um den Teil hier. Komm schon los, wo bist du? Komm schon los, wo bist du? Och. Das war's. 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 Das war's.